Oh, hey, was ist los? Wir sind zum Vorstellungsgespräch hier. Vorstellungsgespräch? Wir spielen Arbeit. Oh, Arbeit. Oh, Arbeit. Sie können dann sofort anfangen. Quack, quack. Haben Sie, vielen Dank. Ich werde es ganz bestimmt nicht bereuen. Alles klar, ich habe die Verantwortung. Hör zu, Bingo. Ich möchte, dass du die ganzen Unterlagen auf dem Fußboden verteilst, bitte. Quack, quack. Quack, quack. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt springen drauf rum, bitte. Quack, 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 quack. Oh, und spiel da drauf. Ei! Quak, 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 quak. Okay, bin wieder da. Hey, was ist denn hier los? Warum hüpft der Frosch auf meinen Unterlagen rum? Und warum sitzen sie auf meinem Sessel? Ich bin jetzt der Boss, alles klar? Was? Sagt wer? Sagt das. Ähm, hat anscheinend seine Richtigkeit. Sie müssen jetzt alles tun, was ich sage. Was? So geht man aber nicht mit Angestellten um. Sessel können nicht reden. Jetzt putzen Sie die Fenster. Sie werden schön mit dem Hintern geputzt. Meinem Hintern? Tun Sie es. Was soll denn das? Hör doch auf zu tanzen. Du brichst doch mit große Schwierigkeiten. Was hat denn das hier zu bedeuten? Ich wollte nur... Sie haben gerade getanzt. Ja, das ist meine Schuld. Ich habe getanzt. Sie hat damit gar nichts zu tun. Es wird nicht getanzt. Raus hier und kommen Sie nicht wieder. Was? Heißt das etwa, Sie feuern mich? Bitte. Ich mache auch noch mehr mit meinem Hintern sauber. Au. Ich liebe Arbeit. Ich weiß was. Komm schnell mit. Ich knick den Gartenschlauch ab. Und das ist eine große Salatschleiter. Gut gemacht, Bingo. Gut gemacht, Bingo. Was wird passieren? Ich weiß es nicht. Bist du bereit? Ja. Endklick. Ich weiß was. Wir können auch Salat sein. Und das ist eine große Salatschleiter. Ja, wir werden gewaschen und dann kann man uns essen. Ihr spielt aber ein lustiges Spiel. Mom, komm rein. Dann kannst du Salat zum Mittag essen. Wir wissen ja, dass du Salat lecker findest. Ja, natürlich. Wer hat sich das Spiel denn ausgedacht? Ich war das. Gut gemacht, Umi. Ja. Hey, Bingo, was machst du da? Den Zahnweide-Tanz. Cool. Wollen wir Omas spielen? Wir können in den Laden gehen. Okay. Wollen wir jetzt vielleicht einen hübschen Ausflug zum Laden machen? In Ordnung, Janet. Ein wunderschöner Tag für einen kleinen Ausflug, oder, Rita? Da hast du recht, Janet. Ich hänge die nassen Dinge auf. Ich hänge die nassen Dinge auf. Ah! Hast du gerade irgendwas gehört, Rita? Nein, Liebes. Oh, du armer Spatz. Bandscheibenvorfall. Ja! Ein wunderbarer Parkplatz, Rita. Danke, Janet. Ja! 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 Ich hoffe, wir tanzen in Ihrem Alter auch noch so. Werden wir bestimmt. Ich glaub, du hast recht. Ja! 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 Und schau all deine Lieblingsserien auf Disney Junior. Juni J notifications. Ja! Ja! Ja!